Ja, Wuppertal ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Ich bin vor vielen Jahren damals mit meiner Frau aus Plettenberg im Sauerland hier nach Wuppertal gezogen, in Barmen, Elberfeld und jetzt seit vielen Jahren in Frohwinkel. Ich fühle mich wohl, weil wir haben nicht nur Grün, wir haben auch nette Menschen hier. Und das ehrenamtliche Engagement in dieser Stadt ist auch wunderbar. Ich denke, die Gesichter einer Stadt, das sind immer die Bewohner auch selber. Ich bin jetzt elf Jahre ehrenamtlich als Trauerbegleiter hier tätig und habe dadurch sehr viele Einsichten in die Menschen unserer Stadt, nicht nur unsere Stadt, auch andere Menschen, die in der Nähe wohnen. Und ich fühle mich hier wohl. Es ist meine Wahlheimat nach Plettenberg und dem schönen Ruhrgebiet, wo ich auch mich sehr wohl gefühlt habe. Meine Frau kam da ja. Und ja, also ich würde Wuppertal so schnell nicht den Rücken kehren, weil es eben eine angenehme Gesellschaft ist hier. Ich fühle mich einfach wohl. Bitteschön.